Herzlich Willkommen bei QSO4U Tech, herzlich Willkommen zum neuen Video und erstmal vielen Dank an unsere mittlerweile über 200 Abonnenten. Ich wollte es nur mal ganz kurz erwähnt haben, es wird dann natürlich jetzt kein Special oder sonst was geben, aber vielen Dank an euch und wir würden uns natürlich wünschen, wenn ihr weiterhin mit dranbleiben würdet. Ja, heute geht es um ein Thema, das wir jetzt seit längerer Zeit nicht mehr verfolgt haben, nämlich QSO4U hilft. Wir haben uns überlegt, wir wollen das Ganze jetzt wieder weitermachen, allerdings ein bisschen anders. Ihr könnt nach wie vor uns Fragen schicken, allerdings werden wir pro Sendung immer nur eine Frage beantworten. Das macht die Sache für die Leute, die das gleiche Problem haben, einfacher das zu finden und ihr habt dann schöne kurze Videos, die ihr euch einfach mal geben könnt und müsst nicht gleich so ein Riesenpamphlet von Fragen praktisch ertragen. Ja, den Anfang macht heute der Jo. Der Jo hat uns eine Frage geschickt zu G-Data, G-Data Total Protection. Die Frage könnt ihr für die ganzen anderen Produkte in der Privatkundenserie genauso verwenden, also sprich die Antivirus, aber auch die Internet Security. Der Jo hat zusammengefasst das Problem, dass G-Data zwar läuft, aber es die ganze Zeit Updates macht und nicht vorankommt. Das heißt also, da unten im Systray-Bereich blinkt das die ganze Zeit auf und sagt, ja, ich mache gerade ein Update, das simuliere ich gerade mal und sagt dann, ja, es läuft und auch hier steht bei ihm dann auch immer, es läuft drin, also rechts, wo bei mir gerade Virensignaturen aktuell drinsteht. Das Problem habe ich jetzt nicht nachstellen können. Ich kenne das Problem, aber ich hatte das selber auch schon. Wo das jetzt herkommt, keine Ahnung. Das kann vermutlich auch durch Systemabstürze kommen. Ist erstmal weniger interessant für euch. Ihr müsst nur wissen, dass das Problem einmal natürlich mit einer Neuinstallation behoben sein wird. Allerdings finde ich eine Neuinstallation von einem Virenschutz immer recht unsexy. Deswegen gibt es eine einfache Methode, die man hier anwenden kann. Man muss nämlich einfach nur ein paar Ordner löschen. Also warum, oder nochmal, warum bleibt es stecken? Ja, ganz einfach, der Virenschutz hat irgendwie ein Problem, die Daten in dieser Signatur-Datenbank zu aktualisieren. Entweder weil sie korrupt sind durch einen Absturz, wie bereits erwähnt, oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und was wir jetzt eigentlich machen, ist, wir cleanen manuell diesen Speicher, wo die Datenbanken drin sind. G-Data arbeitet da mit zwei Engines. Einmal der eigenen, einmal mit der Bitdefender. Und wir löschen jetzt beide Engine-Datenbanken lokal auf dem Rechner. Dazu geben wir einfach mal im Explorer oben ein, Program Data, also Prozent, Program Data Prozent. Das ist eine Systemvariable, die führt hier in den versteckten Ordner C, Program Data. Der ist versteckt. Den könnt ihr aber auch einblenden über die Ansicht. Hier gibt es dann G-Data, äh, G-Data, nicht G-Data Software, sondern G-Data. Und hier gibt es dann einmal die BB, den BB-Ordner. Das ist der Bitdefender-Ordner. Und hier löschen wir den kompletten Inhalt dieses Ordners. Und, ähm, wir gehen dann auch in den G-D-Scan-Ordner. Und da finden wir auch eine DAT-Datei. Das ist die, äh, eigene Datenbank von G-Data. Und löschen die auch raus. So. Was passiert jetzt, wenn wir wieder auf Update klicken? Er füllt diese Ordner wieder. Das machen wir jetzt gleich mal. Und, ähm, es wird jetzt nicht lang dauern, bis er diese Ordner wieder auffüllt. Und, ähm, macht sicherheitshalber nochmal einen Neustart des Rechners. Und dann ist dieser Fehler behoben. Also der Fehler, wie gesagt, der kommt halt eben und der, äh, geht nicht wieder automatisch. Leider Gottes. Äh, vielleicht patcht da G-Data auch mal nach. Das Problem ist, wenn dieser Fehler hier oben drin ist, könnt ihr auch keine, ähm, G-Data Updates, also Programm-Updates einspielen. Also selbst wenn G-Data das patchen würde über ein Programm-Update, habt ihr null Chancen, das wieder, äh, einzuspielen. Deswegen müsst ihr das einfach darüber machen. Ihr habt gar keine andere Wahl. Oder es eben komplett neu zu installieren. Aber da finde ich diese Variante wesentlich angenehmer. Gut, das soll schon gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank auch an den Jo. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen. Aber ich gehe schon fest davon aus. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das entweder natürlich gerne in unser Forum posten. Äh, da ist es dann allerdings so, dass natürlich auch andere Leute darauf antworten, wenn ihr das beabsichtigt oder denkt, ihr habt da eine höhere Antwortchance. Ist ja de facto auch so. Dann macht das gerne. Ihr könnt das aber auch direkt an uns schicken an redaktion.at-kurs-o4u.com. Und, ähm, bitte schreibt das ausführlichst. Also bitte beschreibt den Fehler auch. Packt vielleicht ein paar Screenshots mit rein. Es ist immer schwierig, wenn jemand schreibt das und das geht nicht. Äh, und schreibt nicht, was er macht. Das ist immer sehr schwierig. Und, wie gesagt, das Forum, was ihr hier seht. Wahrscheinlich, wenn ihr jetzt auf, äh, kurs-o4u.com slash forum geht, dann sieht das ganz anders aus. Weil Felix arbeitet gerade an einem Update. Also wir bekommen jetzt ein neues Update von der Forensoftware hier drauf. Und es wird auch ein komplettes, äh, Funktionsupdate geben. Also neue Funktionen. Und das sieht dann alles viel hübscher aus als jetzt. Ähm, ja. Schaut einfach mal rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Kurs-o4u hilft. Wahrscheinlich schon in 14 Tagen. Geplant ist ein 14-tägiger Rhythmus. Aber wir haben schon viel geplant. Was Zeit angeht, ist es immer ein bisschen schwierig. Deswegen müssen wir mal gucken. Ähm, wenn es viele Fragen werden, dann kann es auch mal passieren, dass wir es wöchentlich machen. Also je nachdem, wie viele Fragen kommen, äh, werden wir dann überlegen, in welchem Rhythmus diese Folgen ausgestrahlt werden bei uns auf dem Kanal. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Steffen Kolb von Kurs-o4u Tech. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.